So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu dem versprochenen Bonuspunkt. Liebe Zuhörer, liebe Zuleser, könnte man auch sagen. Ich habe ja versprochen, dass ich eine Geschichte, die nicht veröffentlicht wurde, hier auch vorlese. Ich habe mindestens ein Drittel des Buris-Risiko des Ruhms aus der Veröffentlichung gestrichen. Und hier habe ich einen schönen Abschnitt, der heißt Afrika. Ja, Sie dürfen sich jetzt nicht über die Hintergrundgeräusche stören, denn bei uns auf dem Hof wird neu geteert. Und ich habe keine Fensterdämmung, das müssen wir dann einfach jetzt mit akzeptieren, das gehört jetzt einfach mit dazu. Afrika. Noch bevor ich Tanga erreichte, beschloss ich mich in die Büsche zu schlagen, nicht den Umweg über die Stadt zu nehmen, sondern der Natur frontal im Crashkurs zu begegnen. Die lange Gerade, die ich befuhr, wurde gesäumt von einer weiten, spärlich und struppig bewachsenen Fläche, die ab und zu von einem niedrigen Baum unterbrochen wurde. Mit einer beherzten Handbewegung ließ ich den Jeep ins Gelände hineingleiten, die Straße sollte schmaler werden zur Rechten, bis sie nur noch ein Faden war. Eine große Staubwolke zeichnete meinen Weg. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich fuhr und was ich hier wollte. Die Gegend wurde immer sandiger, schließlich blieb ich mit dem Wagen stecken, und zwar so, dass ich ihn nicht mehr befreien konnte. Das kam mir gelegen, denn nun musste ich mich den Urgewalten stellen, mit der Natur verschmelzen, eins werden mit dem Leben. Ich sprang hinein in die Landschaft und machte sofort auf selbstverständlich und Ureinwohner. Wie ich schon früher beschrieben habe, ist Anpassung das wichtigste Hilfsmittel zum Überleben. Nur gab es hier niemanden, der meine Anpassungsversuche gotiert hätte. Hier war niemand. Ich hatte keine Vorräte dabei, nur einen 5 Liter Glasballon spanischen Sambuca aus Algeciras, samt einem kleinen Beutel mit Kaffeebohnen. Er war das einzige Feucht in meinem trockenen Traum und der Kaffee die einzige Nahrung. Ein leichter Wind trieb den Sand in feinen Schichten vor sich her, und mir wurde klar, dass in wenigen Stunden die Spuren meiner Reifen zugeweht sein würden. Dann wäre der Rückweg abgeschnitten, denn hier sah alles gleich aus. Ich war so gierig nach Ur-Erfahrung, dass auch dieses Risiko mir gelegen kam. Ich schnappte mir die Kalibasse und taperte los hinein ins Ungewisse, hinein in eine staubige Zukunft mit Sandkörnern zwischen den Zähnen und in den Augen. Ich lief so stundenlang und meine anfängliche Hochstimmung vergleichbar mit der Vorfreude bei einem Zoobesuch auf all die exotischen Kreaturen wich allmählich einer anwachsenden Verärgertheit, einer nöligen Genervtheit, einem mies gelaunten Gesichtsausdruck. Nichts kreuzte meinen Weg außer die trockenen Flechten, die sich alle paar Meter an den Boden krallten. Aus Langeweile riss ich sie aus und schmiss sie weg. Diese blöden Dinger erschienen mir absolut armselig und öde. Ein halmgewordener Hohn, gerichtet gegen meine hohen Erwartungen. Ich trat die Dinger, wo ich sie sah. Einmal bückte ich mich sogar und pulte in dem Loch, das die Pflanze hinterlassen hatte, um eventuelle Wurzeln oder Samen zu finden, die meiner Vernichtung entgangen waren, um sie auszugraben und in der Sonne verenden zu lassen. Meine Aggression wuchs, während ich so durch die langweilige Gegend stapfte, und ich fluchte vor mich hin, während ich immer wieder in den Sand trat. Schließlich entdeckte ich Leben. Über mir, in ca. 50 Meter Höhe, kreiste ein einsamer Vogel. So einen hatte ich noch nie gesehen. Ich überlegte, was für einer Gattung er wohl angehören würde. Eine Möwe konnte er nicht sein, soweit im Landesinnern. Für einen Spatz war er zu groß, für eine Gans zu dürre. Er war wirklich dürr und abgemagert. Seine Federn waren struppig, und ein dreckiger Halskamm zottelte um seine hässliche Vogelvisage. Ein widerliches Viech, so einsam, dass er augenscheinlich in mir eindeutigen Nichtvogel einen letzten Hals zu suchen schien. Ständig geierte er mit seinen unangenehmen spitzen Augen zu mir herunter, und sobald ich einmal zurückschaute, schien er mich anzuzwinkern. Wollte er was von mir oder was? Wollte er sexuell was? Was willst du, Schrottvogel, schrie ich, und wenn du Ärger willst, dann komm runter, du scheiß Krähe. Natürlich verstand der Vogel kein menschlich und zog weiter doofglotzend seine Runden über mir. Es wirkte wie eine Art Begattungsritual, und ich fragte mich, woher das Vieh die Überheblichkeit nahm, sich mit mir paaren zu wollen, mit einem Menschen, Krone der Schöpfung, schön und intelligent und mindestens zehnmal so groß. Jaja, Dummheit ist eine Bürde der Tiere, zumindest im direkten Vergleich mit einem Edelwesen wie mir. Am frühen Nachmittag wurde die Sonne unerträglich heiß, und ich bekam einen wirklich quälenden Durst. Ich leckte den Schweiß von meinen Armen und bildete mir ein, dadurch eine Art Perpetuum mobile sein zu können, der Durst aber blieb. Schließlich sah ich keinen Aussicht mehr, und ich hockte mich hin und öffnete den Glasballon mit dem Sambuca. Scharf zog mir der Duft des harten Brandes durch die ausgetrocknete Nase und erzeugte widersprüchliche Gefühle. Zum einen nahmen die Sinne Feuchtigkeit wahr und schrien, »Ja, trinke es, los, trinke es!« Andere wieder warnten, »Vorsicht, starker Alkohol, du bist doch schon mal deinen Führerschein losgeworden!« Ich war hin- und hergerissen zwischen der Befriedigung meiner Urbedürfnisse und dem Wunsch, ein ordentlicher Verkehrsteilnehmer zu sein, wenn auch nur zu Fuß in der Steppe. Schließlich übermannte mich der Durst, und ich setzte zu einem tiefen Zug an. Der warme Hochprozenter verbrannte mir fast die Kehle. Ich japste nach Luft und steckte mir schnell drei Kaffeebohnen in den Mund, um diese zu zerkauen, so wie sich das bei Sambuca gehört. Die Kaffeebohnen haben einen großen Vorteil. Sie vertreiben den scharfen Geschmack, den Hunger und die Müdigkeit. Nach dem ersten Schluck musste ich gleich noch einen zweiten nehmen, wieder gefolgt durch Bohnen. Sambuca in der Wüste ist ein gemeines Geschäft. Das Zeug ist nämlich so zuckersüß, dass man eigentlich ständig noch durstiger wird und nachtrinken muss. Ich versuchte, es hinauszuschieben und schlurfte weiter. Mein einsamer Begleiter am Himmel zog schlapp nach. Nach einer halben Stunde hielt ich es nicht mehr aus und setzte erneut an. Sambuca, Keuchen, Bohnen. Langsam und unmerklich stieg meine Stimmung, obwohl ich eigentlich keinen Anlass dazu hatte, denn ich wanderte immer weiter in die Wüste hinein. Hier gab es mittlerweile auch keine Flechten mehr und die Dünen wurden immer höher. Ich fing an, eine kleine Melodie zu summen, während ich weiter schlurfte. Ab und zu nippte ich kurz an den Ballon und warf Kaffee nach. Der Nachmittag zog heiß über mich und briet mir die Haut zu feistem, deutschen Sonnenbrand zurecht. Ich musste pissen und überlegte kurz, ob ich dies in die Flasche tun sollte, um nur ja keine Flüssigkeit zu verschwenden. Aber ich war in Spendierlaune und so spendierte ich der Düne, auf der ich stand, einen bleichen Strahl, die in der Sand begierig aufsaugte. Ich lachte verächtlich in mich rein. Wie kann man nur auf Pisse stehen? Das weiß doch nun jeder, dass Pisse nicht so richtig gut schmeckt. Sand ist dumm wie Brot. Naja, fremde Länder, fremde Sitten. Ich kicherte vor mich hin und schlabberte aus dem merklich leichter gewordenen Ballon. Mir fielen jede Menge Stimmungslieder ein und irgendwie war ich auf einmal in der Laune, sie zu singen. Mit leicht wankendem Schritt tänzelte ich auf den Kämmen entlang und johlte Gassenhauer. Von Polonaise Blankenese bis zu, da steht ein Pferd auf dem Flur, oder was macht der Muller auf dem Fernsehturm, war alles dabei, was Stimmung macht. Meine Laune war vorzüglich. Ich fand die Situation echt klasse. Die Schlucke wurden ungehemmter und länger, das Tormrum an der Stimme zusehends leilender. Ich war in Partylaune. Party, Party, grügelte ich. Am frühen Abend rollte ich eine lange Bühne herunter und blieb in der Senke benommen liegen. Über mir kreiste verschwommen das blöde Vieh, wohl in der Annahme, dass ich jetzt bereit sei für Vogelliebe. Ich lachte hämisch und breitete meine Arme empfangend aus. Dann musste ich mich übergeben. Als ich mich wieder umblicken konnte, war das Vieh verschwunden. Die Nacht zog über die Wüste. Dazu fiel mir ein, ich gebe mir selbst eine Party, eine einsame Party heute Nacht. Sentimentalität begleitete mich in einen steinernen Suffschlaf. Ich erwachte durch stechende Schmerzen im Kopf. Die verdammte Sonne stand bereits wieder über mir und brüllte mich aggressiv an. Neben mir stand der halbleere Ballon. Sein klarer Inhalt warf Hitzeblasen. Angewiedert drehte ich mich auf den Bauch und versank in einen grotesken Traum von einer Welt aus Zucker, auf der es einen Ozean aus Alkohol gab. Ein schneidender Schmerz riss mich erneut aus dem Schlaf. Ich schrie auf und sah das Vogelbiest, das dabei war, ein daumenspitzengroßes Stück Fleisch aus meiner Wade zu reißen. Voller alkoholgeschwängertem Hass schnellte ich empor und stürzte mich auf meinen gefiederten Widersacher, um ihm den Garaus zu machen. Ich erwischte ihn am Flügel und riss diesen mit einem Ruck aus. Der Scheißvogel krähte, blecherte und nahm ohne seinen Flügelreiß aus. Ich sprang ihm hinterher, konnte ihn aber nicht erwischen. Er war trotz seines Zustandes erstaunlich behende. Ich jagte ihn eine Zeit lang erfolglos, dann schmiss ich ihm seinen Flügel hinterher und blieb erschöpft sitzen. Er stoppte in sicherer Entfernung von mir und machte sich von Hunger gequält schließlich über seinen eigenen Flügel her. Gute Idee, dachte ich und guckte auf meine Wunde am Bein. Doch nicht so gut, dachte ich und trottete zu meiner Flasche zurück. Trotz eines übermäßigen Ekels und starker Würgegefühle setzte ich sie an und trank einen großen Schluck, die angenehme Wirkung herbeisehnend. Der Vogel und ich ließen uns nicht aus den Augen. Unsere Rollen hatten sich verkehrt, nun war er der Gejagte und es kam einzig auf unsere Kräftereserven an. Wer würde länger durchhalten? Ich hatte einen Bonus auf meiner Seite, Sambuka, ein Bonus mit Minuspunkten. Zwar würde er mir Kraft schenken, aber auch Reaktionsvermögen nehmen. Ich setzte mich langsam in Bewegung. Ich hatte mich dazu entschlossen, das Federvier durch Ausdauer ans Ende zu bringen. So ging der Vogel voran und ich immer hinterher, eine lange Zeit, die ich nur durch kurzes und stimmungssteigendes Nippen unterbrach. Der Federteufel hatte keine Chance. Als die Sonne am Zenit stand und meine Haut erneut blasenwarf, sackte er vor mir zusammen und blieb mit erhobenem Hals liegen. Meine Stunde war gekommen. Mit einem gut gelaunten Jagdlied stürmte ich auf ihn zu und haute ihm erstmal eine rein, und zwar an der Stelle am Bein, wo er mich auch verletzt hatte. Dann schnallte ich ihn mir auf den Rücken, quasi als lebenden Reiseproviant, und auch, damit ich nicht so alleine war, in dieser Einöde. Während ich weiterging, gab mein Begleiter ab und zu klägliche Geräusche von sich, und irgendwie fing er an, mir leid zu tun. Er war total ausgezehrt und musste einen wahnsinnigen Durst haben. Schließlich schnallte ich ihn ab, hielt seinen Schnabel auf und ließ etwas Sambuca hineinlaufen. Er rollte mit den Augen, ich goss noch etwas nach und belohnte meine lebensfreundliche Geste durch einen großen Schluck an mich selber. Mein körperlicher Zustand war kläglich, aber die Stimmung in mir bestens. Auch der Einflügelige schien entspannter zu sein und gab nur noch ab und zu ein paar leilende Vogellaute von sich. Ich entwickelte sogar so etwas wie Suftbrudergefühle für ihn und legte eine schunkelige Gangart ein. Der Abend zog heilend über unsere besoffene Qual. Mensch und Tier vereint im Leid durch die Bande des Alkohols sanken dankbar für die einsetzende Kühle in den opportunistischen Sand, der sich der jeweiligen Tagestemperatur auf ärgerlichste Art und Weise anpasste. Ich verabreichte dem gleichgültigen Vogel noch eine Dosis Sambuca und echte dann den Rest der Flasche, genug, um relativ rasch in einen bleiernden Schlaf zu sinken, der mich weder Erschöpfung noch Angst spüren ließ. Am nächsten Morgen erwachte ich erneut durch den mir bereits bekannten stechenden Schmerz. Hinzu kam aber noch der unselige Zustand, dass ich auf dem Bauch geschlafen hatte und dazu mit offenem Mund. Der Sand hatte zusammen mit meinem Sambuca-Speichel einen festen Zement gebildet, der mir trocken und sperrig die Kiefer aufhielt, wie eine Zementverschalung. Ich hatte nichts Flüssiges mehr, um ihn zu lösen und nichts Hartes, um ihn herauszuschlagen. Ich musste wohl oder übel in diesem Zustand weiterlaufen, was ich auch tat. Den Vogel konnte ich unter diesen Umständen sowieso nicht mehr essen, also schnallte ich ihn mir wieder auf den Rücken. Er gab kaum noch Lebenszeichen von sich. Verkatert, deprimiert und zerschunden stolperte ich weiter. Nach einer verzweifelten Ewigkeit stieß ich auf ein paar Flechten, die ärmlich aus dem kargen Boden ragten. Ein gurgelnder Jubel rang sich aus meinen Nasenlöchern. Ich spürte neue Energie in mir heraufströmen, sammelte sie, ging weiter. Wieder eine Flechte und da wieder eine. Ich konnte es kaum glauben, war das die Erlösung. Die gesamte Landschaft schien lebendiger zu werden. Nach einer weiteren endlosen Strecke entdeckte ich am Horizont einen niedrigen, dunklen Fleck. Ich nahm Kurs auf ihn. Ich freute mich auf ein Haus, ein Zelt, einen Brunnen, Menschen. Beim Näherkommen sank der Punkt weiter in sich zusammen. Es handelte sich weder um eine Stadt noch um ein Haus. So viel konnte ich schon erkennen. Das Objekt war noch kleiner, ziemlich niedrig. Ich hassete auf es zu. Eine Ahnung keimte in mir auf. Die Form kamen mir bekannt vor. Konnte es sein und wenn wie? Ja, ich war mir sicher. Das Objekt war nur noch 50 Meter von mir entfernt, um klar zu identifizieren. Dort stand mein Jeep. Ich konnte es nicht fassen. Wer hatte den Wagen hierher gebracht und wieso sah hier alles so aus wie an dem Ort, wo ich den Wagen stehen gelassen hatte? Wer dachte sich so etwas perfides aus und war zu einem derartigen Aufwand bereit? Der totale Wahnsinn, einen ganzen Wüstenstrich verlegen zu lassen, nur um einen einzelnen Mann zu demütigen. Oder was gab es sonst für Erklärungen? Wahrscheinlich steckte mein Erzfeind Zavor Atrok dahinter. Nur er war mächtig genug, um mir derart mitzuspielen. Ich würde es herausfinden. Als erstes schlug ich mir mit einem Schraubenschlüssel die Kruste aus dem Mund. Dabei verlor ich übrigens die Spitze meines Schneidezahnes, die ich später mit der legendären Goldecke von Dr. Plümer ersetzen ließ. Der Wind hatte die Räder des Wagens frei geweht. Ich stieg ein und ließ den Motor an. Es gab keinerlei Probleme. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Hinter mir ertönte ein gedrückter, greinender Ton. Es war mein Reisebegleiter, den ich zwischen mir und dem Sitz fast zerquetschte. Er fiel mir erst jetzt wieder ein. Da mein Mund frei war und ich großen Hunger hatte, aß ich ihn auf der Stelle auf. Nach dem letzten Bissen stieß ich genüsslich auf und ein paar zerrupfte Daunenfedern flogen aus meinem Mund. Dann fuhr ich ab. Ich hatte genug von Afrika, genug von Wildnis und Abenteuer, genug von Selbstfindung und Natur. Ich wollte mich einfach nur erholen von diesem strapaziösen Zwangsurlaub. Ich fuhr nach Tanga und versank für sechs Monate in einem Schlammloch aus Drogen und Psychosen. Hier erlernte ich die Schriftstellerei. Mit diesen Zeilen, meine lieben Zuhörer, möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe sehr, dass Sie sich in den letzten, sagen wir mal, zwei Wochen, in denen Sie dieses Hörbuch gehört haben, amüsiert haben. Und im Jahr 2004 kommt mein nächstes Buch heraus, auch wieder bei Rowold. Ich freue mich, wenn Sie auch dieses wieder kaufen, um es zu lesen oder das Hörbuch dazu abwarten. Vielen Dank, Ihr Rokko Schamoni. Vielen Dank.